hallo und willkommen zurück bei wohin das leben führt im teil 75 im teil 74 habe ich die hühner versorgt das ist aber mittlerweile auch schon eine woche her und eigentlich hatte ich teil 75 komplett anders angefangen aber ihr seht gerade das bild und genau das habe ich zehn minuten lang laufen lassen als ich die aufnahme gemacht hat und dann fiel mir auf und hätte umschalten sollen daher ich habe nachdem ich die tiere versorgt habe mir einen mähdrescher gekauft und habe jetzt dünge aufträge angenommen für raps und bin gerade dabei in meinem neuen mädrescher die rapszelle ab zu ernten hier stückst du uns an der zahl alle müssen zum hafen und jetzt nehme ich euch aber mit in das spiel so willkommen da sind wir dann wird ja mal von innen gucken könnt ihr mal schauen ob ihr erahnen könnt welcher mädrescher es ist er ist rot ihr seht was auf dem lenker drauf steht und genauso ist es auch der case ja 92 40 mädrescher den habe ich mir jetzt von dem geld welches ist mir erarbeitet habe hier leistet wie gesagt bin jetzt beim ersten fällt im lohn auftrag wenn ich die vier felder abgeerntet habe habe ich von den 400 also knapp 510.000 euro die ich für den mädrescher und der schneidwerk bezahlt habe wieder 15.000 euro verdient für den ersten schnitt mit dem mädrescher doch denke ich eine eine gute bilanz dann habe ich gerade mal so ein bisschen zurück geschaut in die vergangenheit weiß ja nicht ob ihr euch von anfang an das anschaut wer es noch weiß ich habe ja damals hier das in anführungsstrichen transport unternehmen von meinem onkel und meiner tante übernommen die haben sich zur ruhe gesetzt und wollten so ein bisschen die welt kennenlernen sind noch unterwegs und hatten ein naja wie gesagt in anführungsstrichen transport unternehmen das heißt sie hatten einen alten traktor einen alten anhänger alte transportgeräte so womit sie noch transportaufträge erledigt haben um so ein bisschen ihre im prinzip ja schon erhaltene rente aufbessern konnten dazu hatten sie irgendwann keine lust mehr hatten dann gefragt ob ich komme und das weitermachen will ja habe ich da gemacht ich meine hatte eh nichts zu tun gerade tja und aus dem kleinen transport unternehmen mit meinem wohnwagen auf dem hof ist im garten meines onkel zu meiner hand da habe ich jetzt mittlerweile den euch bekannten hof erwirtschaftet die fahrzeuge erwirtschaftet die ich alle besitze und jetzt aktuelle sache diesen hier erwirtschaftet und ja genau so war jetzt kann man so ein bisschen der rückblick wenn also mein onkel und meine tante jemals zurückkommen sollten haben natürlich noch ihr haus hier das bleibt ja erst und das grundstück selbstverständlich aber von dem transport unternehmen ist nichts mehr da jetzt gibt es ein bisschen mehr also wenn dann kann man immer noch mal gucken das haus ist aktuell untervermietet weil leerstand auch muss ich mir nicht erlauben ich selber brauche es nicht deswegen habe ich es untervermietet mit der erlaubnis von meinem onkel meiner tante und ja sowas kann man sich erschaffen wenn man arbeiten tut man muss halt nur wollen dann ist viel möglich und dann ist viel möglich und dann ist viel möglich Da muss doch hochgehen. So, aber falscher Knopf und dann geht das halt nicht. So, na, das ist schon mal gut. Dann können wir doch gleich einmal den Drescher das erste Mal abtanken. Ah, ihr seht es jetzt natürlich nicht. Ich habe mir vorne an der Acer meinen Unimog hingestellt und meinen Anhänger, damit ich den gleich abtanken kann, sobald er voll ist. Ich weiß nicht, den werde ich dann gleich einmal holen. Ein bisschen aussahen. Da. Ich nehme aus, das gute Stück. Da steht der Unimog und der Anhänger. Düsen wir da mal hin und fahren den einmal abtanken. Dann haben wir das erste Feld ja fast fertig. Und ja, dann können wir ja mal ganz in Ruhe aufs zweite Feld fahren. Das ist dann die Nummer 7, die liegt in der Mitte bei einer Nähe. Sobald wir die dann schon mal abernten können. Ah, sieht ja nicht gut aus. Wenn er der macht, ich mach ein gutes Bild. Oh, dann lassen wir den mal abtanken in Ruhe. Oh, Orchestra. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und dann ernten wir mal den Rest des Feldes ab. Dann machen wir mal die Seite. Dann machen wir mal den Rest des Feldes ab. Dann machen wir mal den Rest des Feldes ab. So, sehr schön. Dann haben wir das. Ach, naja, davon steht auch noch was. Jetzt habe ich schon etwas Falsches gedacht. So schnell kann es gehen. So, aber gut, jetzt haben wir es wirklich. Jetzt muss ich nur noch zum Feld 7 fahren. Dann dazu, dass wir es mal ausmachen. Dann das da rein. Dann mal ausklappen. Dann das absetzen. Na gut, vor daneben ist auch vorbei, ne? Dann fahren wir einmal zum Feld Voliblen. Wie gesagt, das ist hier das Feld Nummer 4. Das Feld 7 ist etwas weiter höher. Dann ernten wir das noch ab. Dann ernten wir das noch ab. So, dann haben wir hier neben uns nämlich Feld 6. Und da oben kommt dann auch direkt Feld 7. Hier bei dem kleinen Unterstand. Dann nochmal dran vorbei. Dann nochmal dran vorbei. So, dann kann ich... Nein. Ich klappe mal den einmal direkt ein. So. Das klappt nicht ganz. Gut. Dann sind wir jetzt, wie gesagt, auf Feld 7. Das ernten wir jetzt noch im zügigen Schritt ab. Das ist jetzt gar nicht so groß, das Feld. Dann können wir nochmal überladen. Und dann sind es noch zwei Felder, die mit Raps bestellt sind. Und dann haben wir hier bei uns wieder vier Bauern glücklich gemacht. Also fünf. So. Und den Hafen meister auch noch. Der freut sich über die Masse. also für alle eigentlich eine super Situation. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich muss sagen, bin begeistert von den Wäschern. Ich finde es ein Füllvolumen von 14.000 Liter. Das ist ein super Füllvolumen. Die Schnittbreite finde ich super. Für unsere Felder eigentlich ganz gut, also für die Felder, die wir hier haben, eigentlich ganz gut ausreichend. Ich denke, mehr kann immer. weniger, weniger wird schlimmer. Insofern eigentlich alles perfekt. Ich denke, mehr ist das. Und so? Das ist ja, das ist ja. der ist ja, der ist ja, der ist, ja, der ist ja. So, hallo? Perfekt. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kann ich jetzt in Feld 34 vorfahren und Feld 34 und 35 ernten. Genau, das machen wir so. Okay, bei euch bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Tut mir leid für diesen komischen Anfang, aber es ist wirklich der vierte Versuch heute, eine Aufnahme zu machen. Und ja, ich bedanke mich trotzdem bei euch für das Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet, mir einen Daumen, einen Like, ein Abo oder einen Kommentar da lasst oder alles zusammen. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.